Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Command & Conquer, Red Alert oder Alarmstufe Rot, wie es bei uns so schön heißt. Ja, ich versuche jetzt hier gerade so ein bisschen die gegnerische Basis mit den Zerstörern anzuknabbern. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Aber ich denke mal, das ist eine gute Idee, weil die ganzen U-Boote habe ich ja jetzt hier schon alle weggeräumt. Und damit ich an dieser Basis überhaupt einen Stich sehe, würde ich sagen, schmeiße ich ihm jetzt einfach mal seine blöden Tesla-Spulen kaputt. Mal gucken, ob das klappt. Hallo? Hieß doch! Ja geil, das funktioniert echt gar nicht. Hm, das ist alles nicht so toll. Ja, irgendwann ist der dann auch kaputt, der Sammler. Aber ich glaube, jetzt werde ich das mal mit Einheiten eingeteckt. Hm. Ich brauche mal noch so einen Zerstörer. Weil irgendwie haben die doch eigentlich eine größere Reichweite. Ich weiß nicht, dass die Tesla-Schule bis hier hoch schießen kann, ist auch krass. Ich weiß nicht. Habe ich das Spiel auf extra schwer eingestellt oder was? Ich weiß es nicht. Oh oh. Die Artillerie ist kaputt. Hm. Da kommen ganz viele Einheiten. Ich gucke damit auf. So, okay, das Ding ist ganz. Beziehungsweise ist es da. Super. Das hat geklappt. Ja, das hat nicht geklappt. Toll. Also Geld habe ich hier gerade noch ein bisschen was. Viel ist es nicht mehr. Und es ist halt leider auch kein Geld mehr hier vorhanden. Okay. Das ist dann quasi unser letzter Versuch. Oh. Die sollte ich mal noch stehen lassen. Die von dem Bunkern. Zerschossen werden die Typen hier. So, okay, das klappt schon mal. Ist der Zerstörer mittlerweile mal da? Nein, da sind wir noch nicht da. Und er repariert gerade die Tesla-Schule. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Da müssen wir jetzt echt was dagegen machen. Komm schon, fahr schneller, Mann. Hat sie repariert, ne? Hm, toll. Ach, Mist. Na gut. Aber mit drei Zerstörungen kriege ich sie vielleicht kaputtgeschmissen. Attacke. Wir versuchen es einfach mal. Fahrt ihr jetzt bitte da alle hin. Gleichzeitig. Komm schon. Ja, super. Okay. Könnte auf diesem Wege klappen. Wenn hier nicht noch eine zweite Tesla-Schule irgendwo rumsteht. Das weiß ich leider gerade nicht. Was? Achso, das war nur die Radarkuppel unten. Scheiß auf die Radarkuppel. Ganz ehrlich. Die juckt mich gerade nicht. Ja, super. Die Transporter, Herztransporter stehen still. Sie finden keine Ressourcen mehr. Das war's. Das ist das letzte Geld, was ich jetzt habe. Gebrauch. Ja, die können mittlerweile mal die ganzen Cyborgs kaputt schmeißen. Das ist vollkommen okay. So, ich ziehe die Boote mal nach. Ach, hier ist noch einer. Ein Kanonenboot ist noch da. Und das restliche Geld muss ich mir aufheben. Aber die gehen aber auch nicht tot, ne? Ja, gleich. Das dauert nur ein bisschen. Ja, gut. Dollar machen. Von mir aus. So, äh. Hier sind nur noch so ein paar Krümmels. Könnte ich mal noch versuchen einzusammeln. Und vielleicht noch mal so ein paar Dollar. So, vielleicht 20 Dollar oder so. Aber, ey, besser als nix, ne? Alles Geld abgegrast. Das ist eine komische Mission. Ich weiß auch nicht, warum ich mich hier so schwer tue. Da unten ist auf jeden Fall nochmal eine Teslas-Bulle. Sollten wir nicht zu nah kommen. Kriegt der den jetzt mal tot? Waren für den Freund. Danke. So, er kommt jetzt nicht vorbei, oder wie? Danke. Wollen wir Platz machen hier. So, okay. Jetzt haben wir drei Zerstörer. Vier Zerstörer, meine ich. Lassen wir hier den Flughafen einbreiten. Nicht verkaufen wieder. Sehr schön. Jetzt mal die ganzen Manikäcken hier eindecken mit Munition, beziehungsweise mit Raketen. So, sehr gut. Das hat geklappt. Sehe leider gerade nicht, auf was sie schießen. Was schießt ihr denn? Na gut. Irgendwas schießen sie kaputt. Irgendein Gebäude, aber man sieht nicht welches. Was sie gerade verkauft. Ich glaube, er hat einen neuen Flughafen gebaut. So, super, der ist kaputt. Sehr gut. Ein Gebäude zerstört. Was er mal nicht verkauft hat. Schon mal wenigstens etwas. So, hier ist Bewegung gerade. Aber das sind nur Fußvolk. Der kann auch irgendwann keine Einheiten mehr bauen, beziehungsweise kaufen, weil er keine Kohle mehr haben durfte. Er müsste jetzt bald mal vorbei sein bei ihm. Aber er schickt immer noch mal Einheiten nach. Na gut. Von mir aus. Ist hier ein Schattengenerator? Nein. Ich dachte jetzt schon. Was ist das eigentlich, was der Anschließer? Keine Ahnung. So, ich ziehe einfach mal die Kanonenboote jetzt nach. Keine Ahnung, die Wahl. Wir müssen jetzt mal das machen. Das dauert das hier alles zu lange. Die Mission dauert eh schon sehr, sehr lange. So, und wieder was kaputt. Sehr gut. Jawoll. So, wir gucken mal, ob wir hier noch irgendwie irgendwo was kaputt machen können. Das bringt ja immer noch mal ein bisschen Spaß mit sich. Ach, gucken wir da sogar Silos. Das ist ja süß. Hans trefft Silos, ne? Wie schießt ihr denn da? Ach, da ist noch ein Grenadier oder was? Ne, normaler Seibok. Treffen wir aber auch nicht. Jetzt aber. Los, hier einmal auf den Silo. Das ist eh nicht bemannt. Können wir da draufschießen? Trefft ihr das? Das Kraftwerk? Das kleine? Nein, das war ein großes Kraftwerk. Der hat große Kraftwerke. Ich will auch ein großes Kraftwerk. Oh oh. Der große Fresse hat doch, ne? Mit seinen kleinen, komischen Popel-Einheiten hier. Na komm. Wir fahren jetzt hier runter und versuchen einfach mal die ganzen U-Boote noch platt zu machen, die noch sind. Ich hoffe, es waren nicht mehr allzu viele. Was? Was? Habe ich eine Einheit verloren? So eine Frechheit. Hat er mir jetzt ein... Hat er mir jetzt echt so ein Boot kaputt geschmissen? Ne. Gut, ich dachte jetzt schon. Das hätte jetzt aber Ärger gegeben, ey. Ja, keine Ahnung, was er mir kaputt gemacht hat. Das ist wahrscheinlich irgendein Fußvolk. Mir ist egal. Ja, verschwinde du. So, hier. Nein. Deselektiert. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Das ist nicht gut. Nein, das darf nicht passieren. Warum ist da eine... Warum sind hier Teslas? Zurück, 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 zurück. Warum sind hier Teslaspulen? Shit. Shit, 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 shit. Das ist so ungeil gerade. Oh, shit. Ich brauche irgendwas, um hier in die Basis reinzukommen. Wir haben gebaut. Irgendwas, um da drin zu landen. Und um hier ein bisschen Stunk zu machen. Und seine Basis von innen ein bisschen platt zu machen. Der hat ja ernsthaft eine Teslaspule stehen. Ey, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich brauche schon wieder Fußsoldaten. Ah, ich habe so eine Artillerie verloren. Okay. Ja, super. Ähm, ich brauche irgendwas Billiges. Ja, ist jetzt alles nicht billig. Doch, ich habe eine Idee. Obwohl, das wird auch nicht so gut. Ich brauche mir mal davon ein paar. Ist das Erz hier unten schon wieder nachgewachsen? Ein bisschen was ist noch da. Wir könnten ja mal ein bisschen was abholen. Machen wir das so. Ach, ich kann die doch eigentlich hier nehmen. Na. Ach, das ist daneben geklickt. Ich nehme einfach die Einheiten. Ernsthaft. Ich habe ernsthaft hier nochmal was hingesetzt. Unfassbar. So, kommt schon. Rein da. Gucken, wenn er noch alles mitnimmt. Wahrscheinlich nur noch die beiden, ne? Ja, super. Der Mechanobot bleibt zurück. Na gut. Okay, wir gucken mal, wie weit wir da mitkommen. Mit dieser kleinen, popeligen Einheit. Das wird lustig. Ich kann es leider nicht angreifen. Ach, ist das ärgerlich. Ah, Mann. Den Bauhof können wir noch kaputt machen. Aber das bringt ja überhaupt nichts. Ah, das wird auch nicht. Die Basis ist ein bisschen noch kaputt. Sehr gut. Das hat geklappt. Das ist nämlich mein Plan. Jetzt hier einfach mal so ein bisschen reingehen und ihn von der Stromzufuhr abknapsen. Okay, das wird nie klappen. Never ever. Wie soll ich denn das machen? Ich will doch nur ihm ein bisschen von der Stromzufuhr abknabbern. Ja, toll. Das ist alles ganz schlecht gerade. Kann ich eigentlich Flugfelder bauen? Ich kann keine Flugfelder bauen, ne? Ne. Ich weiß nicht mal, warum ich das nicht kann. Ah, super. Egal. Wahrscheinlich egal, was ich jetzt mache. Oh Gott, sind hier viele. Egal, was ich jetzt mache. Ich komme hier wahrscheinlich nicht mehr zur Rande. Ich hätte irgendwas zum Sondieren gebraucht, um hier mal zu gucken, wo was steht. Aber wahrscheinlich steht hier unten alles voll mit Kraftwerken oder so, bei meinem Glück. Ja, geil. Das war so scheiße jetzt gerade. Ich habe deinen Bauhof ja kaputt, aber... Ja, schmeiß dich wieder mit deinem Katzendreck. Okay. Kann ich das treffen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist zu weit weg. Ne, ist zu weit weg. Ja gut, ich komme jetzt gerade nicht mehr an seine Basis rein. Das ist vorbei. Das ist jetzt endgültig vorbei. In Ordnung. Hm. Das ist jetzt echt blöd. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das jetzt am Blödsten mache. Ich müsste theoretisch die Tesla-Spule zerstören, aber ich komme wahrscheinlich mit meinen Zerstörern nicht nah genug an die Tesla-Spule ran. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ach, come on. Mit irgendwelchen Fußvolk. Läppisch. Hol mal ein bisschen Erz. Es ist noch was da. So drei Krümmel. Drei Krümmel Erz. Was ist das hier eigentlich? Kann man das vorher kaputt schießen? Müsste gehen. Ich weiß nicht, ob es ein Kraftwerk ist. Könnte aber ein Flugfeld sein. Ah, es könnte aber ein Kraftwerk sein. Sieht man das? Ne, es ist kein Kraftwerk, oder? Mach, ich weiß es nicht. Kann leider nicht reingucken in den Nebel des Krieges. Ach, guck mal. Wir haben sogar noch ein bisschen Geld bekommen. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Hallo. Na toll. Warum schießen die denn nicht mit? Sehr gut. Das hat geklappt. Die Tesla-Schule ist im Arsch. Ja, genau. Verballer dein ganzes Geld. Trottel. Von mir aus. Ja, super. Endlich mal ein Gebäude zerstört. In Ordnung. Ich hab nur Geld bekommen. Cool. Weil hier was nachgewachsen war, ne? Komm, hier sind noch ein paar Krümmel. Die kannst du noch einsammeln.